Das war jetzt nochmal... Oh! Los! Krass ey, nee, das ist voll ungequem. Oh, ich hätte mir heute eine Blinde anziehen sollen. Wenn ihr schon immer wissen wolltet, was ich an meinem Wochenende so mache... Abhängen. Länger kann... viel länger kann ich das echt nicht. Scheiße, ey, ist das so. Dadi, man kann auch Kinder adoptieren, mach dir keine... Oh, der Bäckerl, du bist witzig. Meine Eier, die sind hier mega eingequetscht. Ja, nee, nochmal. Ja, ich muss ein bisschen Spannung halten, dann kann ich nicht... Okay, mal. Erzähl nochmal ganz kurz, den Setz nochmal schnell und dann... Wenn ihr schon immer wissen wolltet, was wir am Wochenende so treiben... Abhängen.